Wir befinden uns auf Monkey Island, auf dieser schönen, mit Palmen besiedelten Insel. Ein wunderschöner Strand und wir haben hier ein Fetzen Papier, den schnappen wir uns direkt mal. Das lasse ich lieber hier. Dann lies es... Ankündigung einer Diskussionsrunde. Am Mittwochabend gibt es eine Diskussionsrunde zum Thema der kürzlichen Besetzung des Heiligen Affenkopfes durch den Piraten Lutschak. Und die daraus folgenden Folgen für Umwelt und Tourismus. Vor allem Tourismus. Alle Bewohner von Monkey Island sind herzlich eingeladen. Jo, warum nicht? Jetzt schnappen wir uns erstmal die Banane. Die sind gesund. Können wir uns auch noch ein paar mehr Bananen... Ich komme nicht ran. Ne, also das geht nicht. Ruderboot, da fehlen uns noch die Ruder. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die Insel genauer an. Schauen uns die Schlucht hier an. Ah, da sind schon die Ruder. Aber wir kommen noch nicht runter. Jetzt muss ich mal schauen. Hier gibt es sonst, glaube ich, nichts zu entdecken, oder? Ne. Nur die Schlucht und der leckere Bananenbaum und der Affe natürlich. So, was haben wir hier? Flussgabelung, trockenes Flussbett, Teich. Dann gucken wir da mal hin. Oh, hier ist noch eine Notiz. Den nehmen wir mal mit. Einen Zettel. Hm, mit Briefkopf und allem drum und dran. An den Geisterpiraten Lutschak. Wir bitten Sie nochmals massivst um Einschränkungen der nächtlichen Aktivitäten im Bereich des heiligen Apfengopfes. Eine Mehrheit der Anwohner fühlt sich am Schlaf gehindert. Bitte senken Sie den Lautstärkepekel. Die Monkey Island Kannibalen. Oh, stimmt. Wir haben ja PS. Wir haben gesehen, wie sie die Frau hinter sich hergezerrt haben. Was? Wollen den erpressen? Stimmt. Wir haben die drei Kannibalen und Herman, der auf dieser Insel wohnt. Ach, da ist er. Das ist ein alter Freund von mir. Wir sind gemeinsam hierher gesegelt. Er hat etwas abgenommen. War nie schlanker. Was ist mit ihm passiert? Ich glaube, ich muss jetzt gehen. Dringende Geschäfte. Hihihi. Was für Geschäfte? Warte mal. Geht nicht. So, was haben wir hier? Aufgeknüpfte. Er sieht nicht gut aus, fürchte ich. Na gut. Also mir gefällt natürlich diese Variante des Gum-Engine viel schöner und viel besser, wenn ich einfach mit dem Mauszeiger rüberfahre und dann hier im Satz dann entsprechend die Icons, die ich benutzen kann, angezeigt werden, statt immer wieder... Das Seil nehmen wir uns mit. Das klappt so nicht. Stimmt, wir müssen es hier runterbringen. Ja, statt immer auf das Verb, was ist, zu klicken und dann die ganzen Bildschirmbereiche abzusuchen. So, schauen wir uns mal die Flussgabel an. Ich glaube, die Geier haben Hunger. Hier ist noch ein Zettel, dann schnappen wir uns den auch mal. Den interessanten Stein nehme ich auch mit. An den Monkey Allen Kannibalen... Was ist das denn? Ich habe nichts dagegen, wenn sie den Apfenkopf anbeten, der gleichzeitig als meine Wohnung und geheime Basis dient. Ja, schreib es doch direkt auf. Aber ich bitte, aber bitte räumen Sie die Überreste Ihrer Menschenopfer aus meinem Vorgarten. Witzig. Außerdem sollten Sie den Apfenkopf nicht betreten. GP Lutschak für Geisterparat Lutschak. So, ja. Ich glaube, wir können es hier noch ein bisschen mehr umsehen. Ich dachte, wir treffen Herman Toothroad nochmal wieder. Oh, die Sonne brennt. Perfekter Halt. Drei Wettertaft. An die Monkey Allen Kannibalen. Bitte nicht mehr bewegen. Es ist sorgfältig ausbalanciert. Herman Toothroad. Na gut. Trotzdem werden wir das mal... Wir drücken es einfach zweimal. Ach, weiter geht es nicht. Einmal. Zweimal. Dreimal. Mal gucken, was passiert. Es gibt irgendwie verschiedene Einstellungen. Manchmal trifft man den Bananenbaum. Manchmal das Piratenschiff da vorne. Ach, da kommt er wieder. Hallo Herman. Wieso schon eigentlich deine Wohnung, Herman? Ich kann diese Aussicht nicht oft genug genießen. Obwohl ich sie schon seit 20 Jahren auswendig kenne. Und obwohl es die einzige gute Aussicht auf dieser Insel ist. Ja, wirklich. Die Aussicht ist wirklich schön. Also, die gefällt mir wirklich, ja. Sind Sie eine Art Schiffbrüchiger? Siehe ich aus wie ein Buchhalter. Hört euch den Knaben an. Das ist witzig. Bin ich eine Art Schiffbrüchiger? Ha! Ich dachte, die Insel wäre unbewohnt. Falsch geraten. Mein Name ist Toothrod. Herman Toothrod. Ich wohne hier. Nun, nicht genau hier, aber in meinem Vor am Vulkan. Sind Sie hier gestrandet? Sehe ich aus, als ob ich hier auf Kur wäre? Hoho, Junge. Und da geht er wieder. Gut. Wir drücken trotzdem mal den Stein. Mal gucken, was passiert. Oh, oh. Das sieht nach dem Schiff aus, oder? Nein. Oder? Sieht aus, als hätte ich den großen Bananenbaum am Strand getroffen. Perfekt. Die Chancen dafür sind sicher 1 zu 1 Million. Ja, in diesem Fall war es genau eins. Denn ich habe es getroffen. So, liebe Zuseher. und Zuhörer. Jetzt gibt es den klassischen Witz hier bei Monkey Island. Eine Anlehnung an Sierra Adventures. Wenn wir uns hier auf diese Kante begeben. Ups. Oh no. You really screwed up this time. Guess you'll have to start over. Hope you saved the game. Restore, restart and quit. Das sind die typischen Buttons, die bei einem Sierra Adventure kommen, wenn man sich irgendwie in die Sackgasse manövriert hat. Aber glücklicherweise war da unten ein Gummibaum. Und wir leben noch und leben immer noch. Und wir werden auch hier in Monkey Island nicht mehr so schnell sterben. Gut. Wir haben einen interessanten Stein. Ich bin ja kein Geologe. Aber wenn ich diese Bruchstelle betrachte, würde ich sagen, das ist ein Feuerstein. Oh, das ist ja nicht schlecht. Dann können wir direkt, wenn wir mal können, können wir. Ah, Fahrt nach unten. Ach, der geht da lang. Boah, Junge. Hier ist es heiß. Ich sehe es auch. Die Geier lauern. Die Sonne brennt. Schönes Wasser. So, haben wir noch was Schießpulver? Und nein, wir haben kein Schießpulver mehr. Oh, wir haben alles für das Kanonenrohr gebraucht. Hm. Nun gut. Dann müssen wir zu Herman Toothrods Vulkan. Den hatten wir ein kleines Lager dort eingerichtet. Da ist es. Gibt es sonst noch was zu entdecken? Hier Vorinsel? Nee. Alles Grünzeug. Der Pfad hört hier auf. Aber das reicht doch. Wir haben ein langes Seil. Wir haben ein Fernrohr. Eine Kanone. Sehr verrostet. Wird wohl nicht mehr funktionieren. Benutze. Das klappt so nicht. Dann können wir die... Ja. Perfekt. Nimm... Ah nein, jetzt kommt der... Hey, tolles Fernrohr. Sieht fast aus wie... Sag mal, wo ist denn mein Fernrohr? Na klasse. Jetzt bin ich noch mal fünf Minuten weg und schon kommt jemand rein und verschüttet Schießpulver in meiner Wohnung. Natürlich kannst du es nicht gewesen sein. Das ist sicher. Das ist nur ein ganz dummer Zufall, dass du gerade hier herumstrandest, kurz nachdem eine dritte geheimnisvolle Person und meinen Teppich ruiniert hat. Entschuldigung. Nun, es ist schon okay. Sei das nächste Mal vorsichtiger. Wie sind sie hier gestrandet? Nun, ich bin mit einem Freund vor 20 Jahren hierher gesegelt. Wir wollten das Geheimnis von Monkey Island lüften. Aber mein Freund hatte einen tragischen Unfall, den das Leben kostete. Und allein konnte ich nicht nach Hause segeln. Ich habe einer Gruppe Schimpansen das Segeln beigebracht und sie sind nach Mealy Island geschickt. Oh Gott, das ist sehr witzig. Sie sollten Hilfe holen und mich dann retten. Aber irgendwas muss passiert sein. Ja, die haben das Schiff, glaube ich, verkauft. Wieso sind sie nicht mit den Affen mitgefahren? Mehrere Wochen auf einem Schiff voller Affen? Was für ein Spaß. Oh Mann, die haben das Schiff verkauft, lieber Herman, und dann haben sie das Geld genommen und was weiß ich, was gemacht. Sind sie hier ganz allein auf der Insel? Ich bin die einzige zivilisierte Person auf der Insel. Hier sind noch ein paar eingeborene Jäger und Sammler. Nun, Kopfjäger und Sammler. Aber ich rede nicht mit ihnen. Sie sind Kannibalen, aber sie sind ungefährlich. Solange du ihnen nichts leihst. Aha. Interessant. Haben sie den Kannibalen etwas geliehen? Ich habe ihnen meinen Bananenpflücker geliehen, aber nie zurückgekriegt. Dafür habe ich dieses große Wattestäbchen gekriegt. Es öffnet den großen Affenkopf, den sie anbeten. Nicht, dass ich da jemals rein müsste, aber wenn ich ihn wiederhaben wolle, will ich erst meinen Bananenpflücker. Eine Sache des Stolzes, du verstehst doch. Ich verstehe und ich würde sagen, was ist mit ihren Hosen passiert? Was für Hosen? Geben Sie mir doch einfach den Schlüssel zum Kopf, bitte. Nein, sonst kriege ich meinen Bananenpflücker nicht wieder. Mein Name ist Skybrush und ich will jemanden retten. Nun, hier bin ich. Ach, wie witzig. Toll, dass du mich retten willst, obwohl du ruhig etwas früher gekommen sein könntest. Zu Hause sollte mein Briefkasten vor 19 Jahren aus allen Nähten geplatzt sein. Auf geht's. Das war nicht genau das, was ich meinte. Ich kam hierher, um die Gouverneurin von Media Islands zu retten, die einen Geist gekidnappt hat. Oh gut, dann rette ich mich eben nicht. Mir gefällt es hier. Den Wind im Rücken, den Regen im Gesicht, die Würmer im Essen. Nun, vielleicht könnte ich sie auch mitnehmen. Aber ich muss zuerst die Gouverneurin retten. Ich glaube, sie ist auf diesem Geisterschiff. Äh, okay. Ich habe dir doch erzählt, dass sie mir den Bananenpflücker nie zurückgegeben haben. Entschuldige, ich habe ein dringendes Geschäft. Das ist ja witzig jetzt. Sagt er genau die gleiche Ausrede, die Herman letztens hatte. Ja, ich auch. Hii. So, jetzt verschwinde. Wir müssen uns die Kugel schnappen und das Schießpulver. Jetzt gehen wir nochmal zur Schlucht zurück. Erstmal gehen wir zum Strand. So, da schnappen wir uns ein paar Bananen. Ein paar leckere Bananen. Was? Wo sind die anderen? Hat er zwei genommen? Sehr gut. Er hat alle beide aufgehoben, aber ich glaube, das reicht noch nicht. Wir müssen nämlich einen Schimpansen hier, einen Affen nämlich bestechen mit Bananen. Und ich glaube, drei genügen nicht. Wir gehen nochmal zurück zur Flussgabelung. Wir sehen immer noch hier das trockene Flussbett. Und ich denke, wir können das Schießpulver damit benutzen. Benutze Kanonenkugeln mit dem Damm. Geht das? Das klappt so nicht. Benutze Feuerstein mit Damm. Feuerstein wirkt am besten auf Eisen oder Stahl. Also benutzen wir einen Stein mit der Kanonenkugel. Okay, also benutze Schießpulver mit Damm. Ah, okay. Benutze Stein mit Kanonenkugel. Flum! Das war's. Ah! Und das trockene Flussbett wird durch die heldenhaften Taten von Guybrush mit Wasser gefüllt. Kommt nicht da rüber. Na ja gut. So, jetzt können wir uns endlich das Seil schnappen. Jetzt haben wir eins, zwei Seile. Ein Fernrohr. Um Was haben wir hier eigentlich? Hier war ich noch gar nicht. Lichtung. Ah, da sind glaube ich die Kannibalen. Wir holen uns erst die Ruder, würde ich sagen. Und dann besuchen wir die Kannibalen. Wo war noch mal? Da ist die Schlucht. Benutzen wir das eine Seil mit dem Ast hier vorne. Perfekt. Dann benutzen wir das andere Seil mit dem Stumpf da unten. Und schon hangeln wir uns runter und können uns die Ruder schnappen. Denn dann können wir auch endlich ein bisschen segeln. Und ich glaube die Lichtungen, das sind gar nicht die Kannibalen. Das ist nämlich der geheime Affenkopf. Für die Kannibalen zu besuchen brauchen wir nämlich das Boot und die Paddel dazu. Die bleiben glücklicherweise ganz, nicht wie bei Monkey 1 und 2. Da bricht das nämlich ab. Dann gehen wir zum Affen. Können wir den eigentlich bestechen? Wir versuchen es mal, ob drei Bananen ausreichen. So, gib Banane an Affe. Jam, 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 jam. Lecker, lecker, lecker Banane. Sehr gut. Er isst die ganze Banane auf. Die nächste Banane und eine leckere dritte Banane. Ich hoffe, das reicht schon. Aber ich glaube, wir brauchen noch den Bananenpflücker. Der Affe... Ne, der folgt uns nicht. Schade. Reicht nicht. Wir brauchen also den Bananenpflücker.